Wir sind die Linzer Biene und wir sind eine Plattform für moderne, urbane Imkerei in dieser wunderschönen Stadt Linz. Wir imkern auf öffentlichen und halböffentlichen Standorten in ganz Linz verteilt. Im Hintergrund seht ihr unseren Standort von der Bruckner Uni. Der Linzer Honig ist das beste Beispiel für sinnvollen regionalen Konsum. Wir produzieren biologisch, wir imkern biologisch, wir haben kurze Transportwege, unsere Konsumenten sind vor Ort. Er ist sauber, denn die Bienen fliegen nur saubere, frische Blüten an. Wir bieten in der Volkshochschule Linz Imkerkurse an, wo man praktisch und theoretisch lernt, wie man Bienen in der Stadt hält. Wir haben im zehnten Stock vom Wissensturm einen öffentlich zugängigen Schleuderraum. Das heißt, jeder Imker, der in Linz und Umland selber Bienenstöcke hat, darf da drinnen den Schleuderraum benutzen. Und auch den Kindern wollen wir Wissen vermitteln. Und am besten macht man das, indem man die Kinder selber an den Bienenstöcken arbeiten lässt. Unser Motto ist immer durch Angreifen, Begreifen, dann werden sie auch sensibilisiert für das Thema und sie sind mit Begeisterung dabei. Und das gefreut uns wahnsinnig, dass das Projekt und die Linzer